hallo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren part pokémon showdown und marschetto ist draußen hallo marschetto wie geht es dir marschetto geht es dir gut geht es dir gut er ist ein super pokémon wollen wir darüber reden dass marschetto super ist wir sollten aber vielleicht mal unsere mon auswählen und ich habe hier einfach nur random was zusammengewürfelt was ich in irgendeiner form als sinnvoll erachtet habe und ich möchte mit mega venus verlieben und ja deshalb dachte ich mir komm nimmst du das mal mit so ein paar sachen was in irgendeiner form mit marschetto harmonieren könnte ich habe jetzt physisch offensiv marschetto als komplette zerstörungswucht dabei ich habe keine hazard remover das finde ich echt nicht gut und habe dann noch mew als ich glaube speziell defensives mon während lendo t mehr physisch defensiv ist und ein protein gringer das eigentlich die rolle von meinem firetype von meinem darktype von meinem watertype und von meinem ice type dank protein einnehmen soll also ja hört sich nach spaß an finde ich hört sich doch nach spaß an und mega venus war als allgemeines offensive tank man es soll halt vor allem ja genau dass ich wusste dass das passieren wird es soll vor allem um marschetto gehen weil marschetto cool ist ich hoffe es kommt auch zur geltung jetzt in diesem kampf könnte es tatsächlich ein bisschen kritisch werden aus dem grund dass sticky webs auf dem platz sind und ich habe tatsächlich keinen defog auf meinem mew wir hätten an der stelle hier eigentlich auch sind das ist ganz gut drücken können und uns wieder eine ganz gute range zu boxieren und ich würde sagen wir drücken hier einfach mal slatschbomb ich könnte mir gut vorstellen dass das sat x ist oder es ist sat y schade aber auch und es drückt erst gleich das okay damit kann ich leben und ich möchte an der stelle ich glaube ich möchte in mein mew gehen tatsächlich sind die rocks die rocks ist das hier gerade echt nicht so geil dass die webs legen und ich kein defog auf diesem mew spiel ach du meine fresse war das wie schaden und psychik macht einfach absolut keinen schaden ich muss jetzt hier schauen dass ich irgendwie chip damage drauf bekommen ich denke mal lendo t kann noch den move überleben also marschetto besiegt halt das greninja aber naja nein stopp wir sind langsamer marschetto macht gar nichts ich merke ich habe eigentlich keinen wirklichen angriffsmove hier solar beam warum geht er nicht einfach auf dings man weiß es nicht noch kauf ok denn das ding ist nämlich wir sterben zwar jetzt aber wir haben hier immer noch shadow sneak und da damit techniker geboostet ist und wir einen live auf haben denke ich sollte das hier an der stelle ausreichen ich überlege gerade ob ich ein movewechseln es reicht nicht aus ok das tut weh oh wir überleben dass weil die sonne nicht mehr da ist nice wir könnten jetzt aufs spektrum rief gehen einfach um seinen switchout zu predikten aber ich glaube das ist mir ist mir das zu risky oder sind wir jetzt krass sind wir krass oder sind wir sind wir gehen wir sind krass wir haben noch so was ok was war denn das jetzt bitte für ein marschell das wir das einfach so ausgebildet haben und sehr schön wir haben das matchup gegen marschetto tatsächlich gewinnen wir dieses matchup und mit shift gear könnten wir hier tatsächlich noch mal zurückkommen close kommen war das band ist das band das band oder ist doch band hat der schild aus nick uhr wechselt aus innen das krieg ist ins cockscrew crash ab was wo war das für schaden sehr schön und wenn das jetzt kein choice gab land und ist dann besiegen wir das jetzt auch aber es könnte sogar choice gab land und sein was ein bisschen doof wobei wenn der web spieler ein spieler glaube ich keines gab land und wir können jetzt eine flash kennen rausholen die irgendwas enormen schaden macht das bieten wir überhaupt greninja ich glaube jetzt bin greninja gar nicht oder meinen um einen punkt ist das ernst kannst du so spontan nicht voll speed sein schade aber auch greninja droppt halt jetzt greninja droppt halt jetzt alles ist ein kleines problem ist auch dass ich das team einfach nur schnell gebaut habe weil ich bin mir einfach tausendprozentig sicher dass marschell so schnell aus dem ojo gebannt wird weil das einfach es ist in jedem team drin und ist nur am zerlegen also ja apropos zerlegen magierna zerlegt das gegnerische team was ich cool finde drücken einfach mal shift weil wir damit eigentlich nichts verlieren ja sehr schön damit spiel mit schon mal alles können erstmal wundervollen t-boat abfeuern das einzige was uns jetzt noch probleme machen das war ja gar nichts was uns probleme macht ist ein skar mit wildwind genauso wie clef key welches ja potenziell von der wafer was unserem kleinen schweb noch im weg steht wechselt er aus ich mein eigentlich kann das risiko nicht eingehen dass ich jetzt einfach mal nicht das drücke aber selbst wenn ist mir das hat komplett egal weil wir ihn immer noch aus bieten und jetzt eine flirken abfeuern können die einfach irgendwas vernichten wird er bleibt sogar drin opfert sein megamanectric das finde ich interessant tschüss wir sind nur auf minus 1 das ist noch okay und er verfeiltet ja gut ne magierner hör auf zu viel zu machen maschetto soll hier zur geltung kommen maschetto ist cool maschetto ist echt cool das lege muss man schon sagen ne schon echt richtig schnicke ich denke könnten wir auch ziemlich gut mit maschetto lieben es könnte auch der lendo t-lead kommen aber selbst wenn würde ich jetzt ganz gerne damit lieben vor allem weil maschetto draußen das möchte sich auch kein gegner mehr setupen ich würde jetzt eigentlich gerne poison jab einsetzen um zu sehen wie viel damage das macht oh das war schöner damage moonblast kommt den überleben wir wir könnten jetzt den heathrin switchout predikten kommen wir sind krass und gehen auf close combat ja vielleicht hätten wir doch nicht so krass sein sollen aber eigentlich wäre jetzt ein play gewesen in scissor zu gehen weil scissor halt immun dagegen ist höchstwahrscheinlich auch sein mega ist und er das sehr sehr sicher überlebt hätte und wenn man jetzt meinen hund draußen bellen hört dann eskaliere ich natures madness ja von mir aus mach doch denn mega wieser floor wall zurzeit echt alles was hier so ist außer das ding vielleicht was ich ziemlich gut finde aber wir haben spezielle defensives mew da können wir sehr sehr gut reingehen und wir können jetzt unsere rocks herauslegen das finde ich sehr schön er geht in seinen titel das ist okay das willow wispen wir falls uns jetzt hier an der stelle pursue treppen möchte ist das okay weil das nicht ausreichen wird und wir ist aus bieten sogar und kriegen hier einen schönen damage schön burn drauf womit er uns tatsächlich nicht allzu viel machen doch 53 gewinnen wir das im gesamten ich möchte eigentlich ja nee wir wechseln wir gehen in unser land und u-turnen hier gleich wieder raus weil jetzt hat sein titel hat gar keinen angriff mehr denn und die kommt wir wechseln und das eigentlich eine wunderbare option für mich in mein green ninja zu gehen und einen ice beam abzufeuern inhalt eigentlich kein switch in hat außer scissor aber wir friesen ihn also easy der fies ist jetzt gar nicht mal so schlimm weil ja gut er hätte im bullet punch abfeuern können gut er hätte schaden gemacht weil wir vom typ eis sind mit den power fire machen wir ziemlich viel schaden hydro pumpe gut schade aber auch heat train ist auch fein hört doch auf das ist ein showcase für my shadow und nicht für greninja und magierna okay das ist ein interessantes team da kann auch ein marschettolied ich versuche jetzt gerade alles damit marschett und zur geltung kommt na das ist ein sehr sehr guter lied für uns das heißt wir können wir kriegen jetzt einen free spectral rief raus was ziemlich ziemlich cool ist dagegen hat er halt auch kein switching klar mens hat schade aber auch lehle tschüss lehle lecker er hat natürlich mens aber ich denke jetzt einfach mal sein ist der doof oder hä ok das war jetzt interessant ich merke gerade meine anderen monster haben gar keine spitznamen ne super also es geht gerade rucki zucki ne wir sind jetzt bei 1305 also langsam sollten dann doch ein bisschen bessere gegner kommen wieder marschettolied es war halt so klar dass das jetzt tot gespammt wird ne lehle t sieht für mich tatsächlich nach einem ganz soliden matchup für mich aus lead für mich aus war es aber nicht wir gehen in venusor und kriegen den icebeam ab das ist doof erhalten wir vielleicht noch einen aus in der mega nein das ist doof und wir haben ihn in die erste greninja form gelassen das belastet mich aber gleichzeitig gibt es mir die option shift gear zu drücken die ich wiederum sehr sehr cool finde wir gehen sein zappdoss ist okay wie viel macht ein t-bolt oh gott heatwave oh gott macht das viel gut dann würde ich sagen gehen wir mü und nutzen lieber die chance und legen rocks raus er krähte das finde ich gar nicht so nett gibt bitte jetzt nicht in saat in greninja das ist sogar ja gut finde ich es jetzt nicht aber ich muss es halt jetzt hier an der stelle opfern ja eine hydro könnte sogar gegen meinen magier noch schon reichen was mache ich denn dagegen jetzt will ich den scarf blüffen du bist halt gerade so das einzige mon was noch in irgendeiner form dem move und greninja überleben kann gut kein flinch und wir kriegen erst greninja weg gott sei dank okay noch mal glück gehabt dem meteoros t kommt rein noch möchte ich hier aber mein marschetto nicht abwerfen weil das halt noch ziemlich nützlich werden kann vor allem weil wir in speed mit dem gegnerischen marschetto kommt warte zwölf prozent kriegen das heißt wir kriegen marschetto sogar noch einmal rein wir haben hinten power ice er hat auch hinten power ice super in power ice kommt also möchte ich jetzt das land die rausnehmen mit greninja oder mit meinem ja ich denke mit greninja ist glaube ich das klügste und an der stelle hier auch auf dem ice beam gehen ich hätte jetzt hier gerne gang shot drauf aber wie gesagt das war das war ja ja so klar war war klar dass das ein play ist aber es ist halt wie gesagt nur ein schnell zusammengewürfeltes team ein grit vielleicht auch noch ein flinch schwer ganz heißen schade eigentlich ähm dann dann haben wir jetzt mal einen spectral thief raus und er geht in lendo t gut das ist dann dort ja der gewinnt hat jetzt mit seinem saad ne egal welche saad das ist er geht in marschetto holt dass sich den kill ja natürlich wird das habe ich gerade überlegt ob marschetto sich jetzt hier wirklich den kill holt natürlich und dass ich ein verdammtes marschetto das hat es bietet das komplette meter momentan okay und solange er jetzt hier nicht mit seinem gleich score leadet wird marschetto sehr wahrscheinlich jetzt hier direkt meinen kill abstauben wenn du legend team was ja 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 so ja ich habe 34 legendäre pokémon dabei nein bitte nicht ich habe halt ein greninja und wenn wir jetzt so einen typen gefunden haben der mindful legend werden und dann sind wir dann sind wir aber jetzt hier gleich in der auseinandersetzung drin weil die aussage die aussage ist sowieso die dümmste die ich kenne deshalb ist ja auch fione im pio gewesen weil es ein legendary mon ist es so mächtig ist so stark wisst ihr was ich mir gerade wünscht dass ich einfach gewechselt wäre weil gleisko halt ob wir es wie ein stück was weiß ich war ein eispunch wäre jetzt cool gewesen marschetto hat so viele coole optionen ist auch echt unpredictable gefühlt wisst ihr was wir ziehen jetzt gleich den double weil er wird halt in sein heathrin gehen und dann können wir entschuldigung raus u-turnen ja ich meine was will er gehen er wird halt jetzt wieder in sein gleiskohr gehen und das bietet uns danach die möglichkeit in unser greninja zu gehen und mit dem dann sehr sehr gut druck aufzubauen er geht sogar in gator warum geht er in gator gut jetzt gehe ich aber in meine mega und werde dieses mal giga drain drücken einfach damit ich auch meine mega draußen habe auch wenn er jetzt potenziell wieder in trend gehen kann das okay dann gehe ich jetzt nämlich in miu möchte jetzt nämlich meine rocks rauslegen das gehört könnte jetzt auch machen lava plume wäre tatsächlich auch eine option um irgendwas potenziell zu verbrennen aber er geht auf die rocks das heißt wir machen dasselbe sein einziger potenziell die vorgeist nämlich gleiskohr und im normalfall spielt man kein die vorg oder man kann das die vorgaben wenn es dings hat ich weiß es gerade gar nicht und natürlich kriegt er first turn burn sowas liebe ich natürlich das sind immer 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 zucker ich werde jetzt auch in meinen land und t gehen auch wenn ich weiß dass der burn kommen kann oder geht in sein ja es ist tatsächlich okay dadurch dass wir hin power ice spielen ist das hier eigentlich gar nicht mal so ein schlimmes match up für mich so eigentlich ein besseres match up für mich als für ihn er geht auf knock auf schlägt mir die leftovers ab da uns aus bietet sagt mir das auch ein bisschen dass er wahrscheinlich kp investen kp in it investment hat ne ja jetzt bitte einfach so ich gehe jetzt auf den knock auf ich sehe jetzt keinen grund warum ich oder möchte ich glaube ich u-turn raus weil er ist halt sowieso schneller als wir und er kann uns an sich nichts er verliert dieses match up muss also eigentlich auch raus wechseln perfekt und normalerweise verliere ich jetzt nichts welche mars shadow gehe und dann poison jab drücke ne spectral fief ist ja noch besser ich denke das reicht halt auch er geht in sein glasko ja das droppt hat jetzt ne tschüss lecker und jetzt show me your switch in ich meine er hat noch ein skep teil was potenziell mega sein kann das würde uns dann natürlich auch zu bieten darauf müssen wir noch achten aber ansonsten sie sie dem all sage ich da nur beziehungsweise silvia und drücken wir noch poison jab oder spektrum fief das dann beides okay in der situation ja geh von mir ist dein trend tschüss trend war schön dass du hier warst ich kann mir auch vorstellen dass er jetzt einfach verfeidet ja das wäre jetzt auch an der stelle sein play gewesen war gegen marschadow verliert nach marschadow du bist so super leider bist du in zwei tagen oder so nicht mir hier die tue also lendo t gewinnt potenziell gegen jedes morgen im match was ich ziemlich gut finde deshalb würde ich ganz gerne damit lieben protein greninja macht hier auch einen sehr sehr guten job mega weniger dafür wieder wenig ja wo es geht eigentlich ist mein ganzes team ziemlich gut gegenseitig also freien matchup technisch gesehen sieht das sehr gut für uns aus muss ich sagen ja wir wählen jetzt haben wir mit lendo t marschadow ist ein vollkommen okayer lied für mich er könnte jetzt natürlich eispunch spielen das reicht aber nicht aus und wir kriegen knockoff auf marschadow was ziemlich geil ist und schlagen ihm den live auf ab gehen jetzt nein 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 nicht in unser marschadow sondern unser magier nach und nutzen eigentlich die chance um jetzt einfach eine flashcan rauszuhauen spectral thief kommt das sollte okay einen schaden machen und wir kriegen jetzt den plus 1 special attack boost das problem ist natürlich er würde uns jetzt wahrscheinlich mit seinem duck trio trappen um uns dann rauszunehmen aber das okay damit kann ich leben ich weiß nicht ob ein eq ausreicht tatsächlich reicht er aus aber wir können jetzt in unserem mega venusor gehen und jetzt hier erstmal einmal save giga drain drücken wir könnten jetzt auch direkt auf die in power fire gehen aber ich habe tatsächlich keine angst vor magierner denn mega venusor wollte davon alles mega venusor tut momentan im meta echt viel oder momentan seitdem marxado gespammt wird weil das meistens mit magierner in kombination gespammt wird irgendwie alles wollen was ich ziemlich cool erfüllen er geht in ladios satschbaum wäre wahrscheinlich ja es war trotzdem guter schaden weil wir ein crit gelandet haben also passt das und mit mio haben wir hier auch noch mal einen sehr sehr guten switch in dem duck tree haben wir aber noch keinen schaden gemacht deshalb möchte ich jetzt auch mit mio die rocks rauslegen damit der sage schon mal gebrochen ist und dann eigentlich marxado durchgeht das problem ist wir müssen das gegnerische magierner noch irgendwie anschippen und dann ist eigentlich gg jetzt marxado oder protein greninja das geht auch noch durch also das sieht sehr sehr gut für uns aus zumal wir das gegnerische marxado besiegt haben was löcher in unser team reißt da bringt mir auch selbst mein mein mega venusor nicht so viel was überlegt der gegner denn jetzt er kann halt potenziell save auf die drachen attacke gehen damit verliert er eigentlich nichts ja gut außer er misst natürlich das ist dann natürlich kritisch britisch gut das ist jetzt sehr bitter für ihn er geht immer gerne willow wisp ich das jetzt nicht gerne ich glaube ich gehe ich mache einfach hard switch in mega venusor wenn das auch wieder schifte schifte sehe ich zurzeit auch die ganze zeit auf magierner genauso wie ich oh okay das ist jetzt doof okay gut jetzt können wir noch mal ein eq auf jeden fall raus haben selbst wenn er wechselt ist das okay das könnte sugarberry magierner sein er wechselt aus in sein latios ja von mir aus ich habe halt wieder mew und ja das ist okay hallo ist die fog auf dem teil ja ich werde trotzdem haben wir können jetzt auch direkt den double magierner ziehen naja aber da wird erst mal ein draco droppen denke ich könnte ich mir ganz gut vorstellen und gegen rocks habe ich eigentlich nichts wir können das magierner auch noch willow wispen er wusste das okay und auf irgendwas kriegen jetzt den willow wisp raus das heißt irgendetwas kriegt kontinuierlichen schaden so somit wird er auf dauer dieses matchup nicht gewinnen und wir können wieder auf unsere rocks gehen ich meine sobald er einmal den draco gedroppt hat hat er zu wenig spezialangriff übrig um uns dann rauszunehmen da wir speziell defensives mew sind geht auf psyshock das okay wir gehen jetzt mal einfach hart und greninja ne 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 jetzt möchte ich jetzt eigentlich doch der default doch jetzt der default eh ja und damit bauen wir jetzt immensen druck auf bin ich für den darkpus oder für den icebeam weil wir outspielen das lendo te wir drücken jetzt einfach darkpus obwohl wir eigentlich mit icebeam gar nichts zu verlieren ne eigentlich nicht wir haben eigentlich mit allen moves nichts zu verlieren dadurch dass wir protein haben wir drücken jetzt einfach icebeam und ja haben spaß daran ne hp fire würde ich jetzt auch tatsächlich ganz gerne abfallen weil er potenziell in seinem magierner gehen kann aber das tut er nicht wir nehmen das latios raus perfekt höchstwahrscheinlich ist jetzt sein mon dagegen auch sein magierner denke ich jetzt mal wo wir halt dann eine stab hidden power fire mit dem lifehop abfeuern können was schon ach ist schon ist schon sexy ist schon sexy rexy ähm wir müssen halt wie gesagt noch immer den sash von dem darktrio brechen weil das ist immer noch so eine sache und was mir auch okay darktrio kommt rein was mir auch noch nicht ganz so gut gefällt ist dass das lendo teamer noch da steht und potenziell den intim äh potenziell den intimidate hat genau den intimidate hat der mir richtig auf die nerven gehen kann und er bitte was er toxikt uns erst einmal interessant vor allem wir ne wir gehen einfach auf darkpus es gibt halt für mich keinen grund gerade irgendwas anderes zu drücken ich denke jetzt kommt auch lendo tea vielleicht wäre sogar eis naja ich glaube ja doch dann weil wenn das jetzt garf lendo tea ist dann würde der eisbeam äh kann halt u turn jetzt drücken wobei wir an der stelle auch in unser lendo tea gehen könnten also ja passt das ja das match sollten wir gewonnen haben hm ich denke mal ich gehe jetzt mal stark davon aus na test dummy 2 chapito okay das kann potenziell noch ein problem werden ich werde jetzt erst einmal in intimidate rein drücken so weil er eh protect drückt dann gehe ich in meinen mega venusaur welches den eisfang oder den waterfall ziemlich gut abfangen wird und dann kann ich eigentlich potenziell sogar auch hidden power fire drücken ich denke das mache ich jetzt auch aber ich glaube nicht dass er da drin bleibt oder ich habe jetzt ein bisschen angst dass der crunch zu viel macht dürfte aber eigentlich nicht bei der crunch dürfte naja auf was geht der hoch sagen wir 35% also fühlt sich nicht lendo tea kommt sogar ist das interessant das chippen wir halt jetzt auch wunderschön an und er kann keinen speed boost mehr darauf bekommen ja also hidden power ice ist jetzt ich weiß nicht eq ist immer noch stärker z move z fly warum hat er das nicht gleich gedrückt weiß ich nicht wir können aber jetzt erst einmal in unser mal shadow gehen und jetzt einfach mal spectre thief wieder drücken und einfach sagen yay take that und dann ist das lendo tea weg und ähm ich merke grad wir müssen uns sogar mal shadow wegen dem dem ähm chapido aufheben weil wir ja cc dagegen drücken müssen dann ist das halt rip weiß jetzt auch nicht was er da lange überlegt weil er darf es halt nicht anschippen lassen so ein magierner wenn er das jetzt rein schickt dann nee das ist ein fehler das ist ein großer fehler das kann ich dir jetzt schon sagen wenn du diesen plan gerade in deinem kopf hast danke dann ist das ein fehler und weißt du das war also ich weiß jetzt nicht warum man nicht erst in magierner gegangen wäre damit hätte er vielleicht sogar noch was machen können aber so nee so nett mehr ja damit ist es wie gesagt gg jetzt mal shadow ja gut und damit würde ich sagen äh sind wir fertig mit marcello ähm kommt jetzt halt zwischen die die eurem teams rein die eigentlich hätten jetzt kommen sollen aber ich denke ich werde das ganze am mittwoch hochladen ähm ich nehme das gerade am dienstag auf was äh was äh dann bedeuten würde dass eigentlich nichts verloren geht und normalerweise am donnerstag ganz normal ein part kommen sollte wo dann glaube ich ist da lc dran wo lc dran sein müsste ich bin mir aber nicht sicher wir sehen uns auf jeden fall beim nächsten mal wieder bis dann und ciao wie ein